Das Image, das die großen Weißen haben als bösartige Killer, die am Ufer lauern und unvorsichtige Schwimmer zerstückeln, ist pure Erfindung für Filme aus Hollywood. Jeder Angriff auf einen Menschen... Ganz ruhig, ich hol sie heraus! ...ist eine Verwechslung. Kommen Sie schneller! Schneller! Schwimmen Sie schneller! Das sind Bullenhaie. Wieso halten Sie Bullenhaie hier gefangen? Mein Unternehmen ist einer der führenden Hersteller dieser Bio-Pharmazeutika, durch die wir tatsächlich die vorhandenen Gehirnstrukturen modifizieren können. Es zeigt, dass Sie Probleme lösen, dass Sie das lernen, lernen und dass Sie es gern tun. Glauben Sie tatsächlich, dass Sie dasselbe auch bei Menschen erreichen? Unser Potenzial ist größer als das jeder Maschine. Das einzige, was wir dazu tun müssen, ist, es zu aktivieren. Wenn ich erfolgreich sein sollte, können wir allesamt Götter sein. Oder Monster. Oh, Scheiße! Was ist denn hier los? So haben Sie sich noch nie verhalten. Das Wasser ist schon im Korridor. Der Druck fällt ab. Und was bewirkt das? Dass wir gleich in die Luft fliegen! Das sind keine Haifische mehr, sondern nur noch Zähne, Muskeln und Killer-Instinkte. Geh aus dem Wasser! Die Blu-C 2. Jetzt als Blu-Ray, DVD und digital. Wer ist das her? Okay, ich glaube, das wurde heute. Ich weiß, dass verse maker och물 out. Ich weiß, dass ich nicht mehr so schnell in der Schaust erinnere,